So, guten Morgen, willkommen zurück nach... bei Wooson 2900 Nachdem man Blitz... äh... Ja, ein Gewitter gerade unseren Ruder zagt hat, dachte ich mir... Nimm ich noch irgendwas auf Internet kann ich ja jetzt eh nicht Also, nehm ich noch was auf! Und boah, warum? Boah, warum ist das von niedrigem Framerate? Ah, jetzt pass mal... Ich glaub, der mag die ganzen Einheiten einfach nicht Nein, glaub, der mag er einfach... Oh Gott! Wo ist mein... Oh nein, der ist da unten! Den brauch ich doch! Und die Framerate ist ja grauenhaft Ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen... Ah ja, ich hab jetzt... Nein, das heißt jetzt... Ja doch, ich hab grad eben auf Version 2.3.4 aktualisiert Das behebt ein paar Bugs Das... Zum Beispiel ist die... Flammen... Was war das? Nein, geht das vorbei Äh, dass die Flammenberechnung irgendwie mit dem Framerate zusammenhängt und... Ohhhh... Herrlich! Könnte ich mich direkt schon wieder aufregen Ob du fährst damit? Komm! Wo bleibt mein Commander? Ah, da kommt der schon! Das dauert nur noch... Halbe Stunde oder so... Was haben wir denn dann da drin? Mal hier 0.3... Äh, wir haben... Was nehm ich denn noch mit? Ja, dann nehm ich noch... Bunkerbuster und n... Dings mit... Äh, äh... Äh... Lanzer, genau! Ja, gute Mischung! Und dann gehen wir mal... Hier die Luft-Aware austradieren... Und... Ich weiß nicht, ob ihr es im Video sieht... Aber die Karte wurde auch ein wenig überarbeitet... Man sieht jetzt besser die Hügel und den Scheiß... Finde ich schön... Ja, ja, ja... Oh, komm... Achso, ich bin immer noch auf... Nein, Moment... Ich war da schon was? Wollte mich verarschen? Ja... Das wollen wir! Äh... Und... Wer ist direkt beschossen? Und... Oh, warum ist die Framerate auf einmal so niedrig? Was soll denn das? Oh, macht das mal wenig Platz hier? Boah, ich hätte es vielleicht doch nicht aktualisieren sollen, ne? So wie die Framework da rumspackt... Nicht schön, nicht schön! Hm... Okay, jetzt ja... Jetzt ist es stabil auf 30... Vielleicht auch nicht... Nein, das wird nichts mehr... Egal... Dann wird sie eben etwas niedrig hier ausfallen... Macht irgendeinen Unterschied, mei... Oh... Bauen wir erst ein paar von ein paar... Hm... Oh... Oh nein! Oh nein! Fi... Fickt euch! Geile Scheiße! Geil! Oh... Oh... Ich schicke gar keinen neuen... Oh... Warum vergesse ich immer einen neuen loszuschicken? Warum sagt mir das auch keiner? Warum hasst ihr mich alle so sehr? Ja... Ich... Ich... Noch ein wenig mobile Luft auf wir... Kann entschaden... Wenn sie denn... Überhaupt was macht... Hm... Das sieht schlecht aus... So... Wir sind in der Gewerkschaft... Wir haben jetzt Mittagspause... Wir machen gar nichts... Mach deinen Scheiß doch alleine... So... 08... Okay... Okay... Ganz ruhig... Ich weiß was ich tue... Wo... Moment... Was erzähle ich denn da? Oh Gott! Oh geil! Die zaken jetzt schon wieder mal Einheiten! Hopp... Bewegt euch mal wen! Oh geil! Ich baue es auf und die schießen... Oh ja! Fickt euch! Ich bin heute über fertig mit aufbauen und die schießen schon wieder kaputt! Oh geil! Geil! Vielleicht lade ich am besten gleich wieder, ha? Geil! Oh, hier die Luft! Ja... Das wird zunächst... Das wird zunächst gleich nochmal laden! Nochmal von vorne! Fängt schon mal gut an! Und warum ist die Frame jetzt so niedrig? Moment! Nu vielleicht besser? Aha! Sie ist besser! Sehr schön! Sehr schön! Oh Gott! Also, wir brauchen mal einen guten Commander erstmal! Den brauchen wir! Dann brauchen wir... Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen zwei Baufahrzeuge... Zwei LKWs, wollte ich sagen! Genau! Ich habe nie und nimmer Baufahrzeuge, was das... Kenne ich gar nicht! Dann habe ich jetzt... Nehmen wir den Luftabwehr mit! Und den Rest füllen wir mit Lanzern voll! Wenn ich so den finde! Da rein mit euch! Komm! Das dauert jetzt noch einen Moment! Also drei... Davon habe ich zwei... Davon habe ich drei neigeladen... Dann noch drei... Noch sechs... Was ist das? Äh... Einen kann ich noch neigeladen! Wo bleibt mein Commander? Wo bleibt mein... Was soll's da jetzt? Oh... Oh... Ihr... Das macht ihr doch mit Absicht! Komm, gib's zu! Das ist Absicht von euch! Ihr... Oh... Seid ihr denn alle total bescheuert im Kopf? Ja... Das solltest du langsam wissen! So, noch ein Lanzer... Einen Lanzer! Ronto der Ronto! Jetzt fahr... Keine fünf Meter aus dem Rumpf fahren! Nein! Jetzt lade ich endlich da ein! Ich will los! Mensch! Okay, speichern! Hier! So, fertig, aus! Oh, Normalgeschwindigkeit einstellen! Und langsamer! Jut, jut, jut! Drei fängt jetzt sofort an! Mal hier so ein paar Luftabwehrstellungen zu bauen! Und ihr... Weist euch jetzt mal... ...dem Commander zu! So, gut! Halt! Nein! Moment! Dieses Mal vergesse ich nicht! Also, wir brauchen davon, davon... ...mehr davon... ...noch viel mehr davon... ...und davon brauchen wir auch noch ein wenig was... ...und davon... ...und das nehmen wir noch... ...und dann ist der Scheiß-Transporter... ...ä, Commander-Transporter, oder? Also, es würde für mich Sinn ergeben, oder? Also, es würde für mich Sinn ergeben, oder? Und ich sage verdammt viel oft, oder, oder? Oder, 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 oder... Also, für mich würde das Sinn ergeben, mehr als einen... ...Transporter zu bauen. Gut. Wozu habe ich... Hallo? Greif sie doch mal an! Hallo? Schießt ihr auch zurück? Nein! Die stehen echt nur da und machen gar nichts! Darf ich dir dem keinen Commander zuweisen, oder was? Oh Gott! Oh, geile Scheiße! Hm... Ich habe nie gesagt, dass die Mission einfach ist, oder? Oh ja, fahrt wieder weg! Komm, tut mir den gefallen! Ich darf sie halt echt keinem Commander zuweisen! Oh ja, die greifen mit Lufteinheiten meine Luftverteilung an! Ah, wie geil ist das denn? Oh, und du stehst ja einfach nur da rum! Oh, komm! Ich glaube, sie wird einfach nett! Na komm, jag das Ding in die Luft! Mann, 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 Mann! Geile Scheiße! Fahrt mal weg, da! Die sind schon wieder alle im Weg rumeiern! So! So, Reperturplattform! Ah, ich kann jetzt wieder nirgends wo mehr eine, noch eine bauen! Da! Und, und... Ach komm, lasst mir doch irgendwo eine bauen! Ihr Mistkerle! Da! Gut! Nummer eins, meldet! Pfff! Das war ja ab! Aber, ich glaube... Bauen die keine neuen? Das wär ja zu geil, wenn die keine neuen Lufteinheiten bauen würden! Nummer drei, meldet! Das wär geil! Egal! Ich baue jetzt... noch ein bisschen Flack und so aus dem Uf! Nein! Du, das ist die Amp reparieren bei Gelegenheit! Ein Chaos schon wieder... Ich... so ein Mist, ein Dummer... So, jetzt haben wir die Lage doch schonmal halbwegs im Griff! Moment, was erzähle ich da? Ich habe überhaupt nichts im Griff. Ich habe... Keine Ahnung. Obwohl, doch, jetzt kommt keine Luftanhalt mehr. Das macht die Sache deutlich vereinfacht. Boah, die haben schon Raketen? Luftabwehrraketen? Boah, fegt euch. Ja, genau. Schieß doch noch ein bisschen auf... ...irgendwelche, die 250.000 Kilometer entfernt sind. Nein, sie brauchen neue Lufteinheiten. Wäre auch zu schön gewesen. Egal, wir bringen mehr Einheiten her. Die Menge macht's, ne? Kommando, oh. Nehmen wir auch noch mit, komm. Ist immer nett so. Und Lancer, vor allem Lancer. Warum nehme ich so viele Lancer mit? Weil ich Lancer geil finde. Ja, wahrscheinlich werde ich total nutzlos später, aber egal. Das heißt wahrscheinlich, natürlich wird sie total nutzlos werden. Und wir bauen noch ein paar Lancer. Ich mag Lancer, hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht, oder? Nö. Kann mich nicht... Ob jetzt fahrt man da so her? Mach mal die Türme... Oh, herrlich. Ah ja, so ist das schön. Und... Was ist das? Ach, das ist Luftabwehr. Okay, die jubben mich jetzt mal nicht im geringsten. Äh, konzeption, achso. Okay, die bauen da, Türme. Jawohl, direkt davor gestellt. Ah, uns doch nicht egal, auf was ihr da habt. Ihr habt doch immer so eine lumpische Kanone, weißt. Und wir müssen uns doch voll krass technisch überlegen, oh. Fahrt mal ein wenig da weg, da. Fahrt mal ein wenig dahinter damit. Na ja, jetzt kümmert euch mal nicht so um die Gebäude, sondern um diese nervigen Penner, die hier angreifen. Muss ich doch von da noch ein wenig so... ...Teiligung hinsetzen. Ach, wie ich's hasse. Boah, da haben sie schon ewig beförderten Commander als Chef und dann treffen sie immer noch so wenig. Boah. Die bauen noch, bauen noch. Egal, wir schalten jetzt mal die Luftabwehr direkt vor unserem Punkt aus. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Hey, hey, die Luftabwehr arbeitet jetzt sogar. Wow, hätt ich gar nicht gedacht. Na, wir das nur... ...zwei Kilometer vorbeischießen. Ja, das können sie, das können sie echt. So, also, wir brauchen noch wegen Verteiligung, hab ich's gesagt, ne. Verteiligung, Verteiligung. Ja, dann brauchen wir... Okay, so soll das jetzt nicht aussehen. Nein, Moment, da, bau das Press auf. Ich will doch da so ne Art Dreieck bauen. Ihr müsst mich verstehen, was ich mein mit Dreieck? Ne, Dreieck, was laber ich denn da? Sieht genau aus wie ein Dreieck. Ja, absolut. Das ist ein Dreieck. Ja, das erkennt man gleich an den Dreiecken. Also, ein Eck. Da ein Eck. Ende... Enten-Eck. Enten-Eck. Ja, genau. Was ist ein Enten-Eck? Ausgezeichnete Frage. Wer die Antwort kennt, postet sie. Ihr bekommt dann auch einen tollen... Hm, äh, äh, keine Ahnung. Irgendwas Tolles. Vielleicht. Ach, und ich benutze wieder die gute alte... Ich baue hier so Artillerie-Zeug. Taktik. Ah, komm, die Luft haben wir jetzt schon ausgestaltet und der Punkt beleuchtet... ...bleuchtet... ...blinkt immer noch. Oder leuchtet, oder... Irgendwann ist die Karte hier überhaupt nicht anders. Feindliche Basis ausgelöscht. So, jetzt ist hier erstmal ein bisschen Ruhe. Und da ist auch schon die Verstärkung, du... ...toller Reim. Dass sich jetzt mal überhaupt nicht gereimt hat. Äh, was ist da jetzt? Lülle Lufseinheiten und was ist was anderes? Boah, ich hasse euch so sehr. Habt's stehen! Konstruktion abgeschlossen. So. Jetzt hab ich alle. Ja, geil. Okay, dann hol ich noch mehr Einheiten. Davon noch irgendwas, komm. Einen neuen Commander brauche ich jetzt noch nicht. Nein. Gut, los damit. So, ihr fahrt jetzt mal hier rüber. Dat macht meine Verteidigung. Ah, sieht doch schön aus. Herrlich. Oh. Jetzt wo... Oh, jetzt kommen sie schon wieder angefickt hier. Mein Commander wieder an vorderster Front, ne. Wofür denn auch sonst? Das ist schon abgeschlossen. Ich mein, ist ja nicht so, dass alle Einheiten zurückfahren wollen.